Wilhelm von Humboldt Über Schulen Alle Schulen, deren sich nicht ein einzelner Stand, sondern die ganze Nation oder der Staat für diese annimmt, müssen nur allgemeine Menschenbildung bezwecken. Was das Bedürfnis des Lebens oder des Einzelnen seiner Gewerbe erheischt, muss abgesondert und nach vollendetem allgemeinen Unterricht erworben werden. Wird beides vermischt, so wird die Bildung unrein und man erhält weder vollständige Menschen noch vollständige Bürger einzelner Klassen. Denn beide Bildungen, die allgemeine und die spezielle, werden durch verschiedene Grundsätze geleitet. Durch die allgemeine sollen die Kräfte, d.h. der Mensch selbst, gestärkt, geläutert und geregelt werden. Durch die spezielle soll er nur Fertigkeiten zur Anwendung erhalten. Für jene ist also jede Kenntnis, jede Fertigkeit, die nicht durch vollständige Einsicht der streng aufgezählten Gründe oder durch Erhebung zu einer allgemeingültigen Anschauung, wie die mathematische und ästhetische, die Denk- und Einbildungskraft und durch beide das Gemüt erhöht, tot und unfruchtbar. Für diese muss man sich sehr oft auf ihren Gründen unverstandene Resultate beschränken, weil die Fertigkeit da sein muss und Zeit oder Talent zur Einsicht fehlt. So bei unwissenschaftlichen Chirurgen, vielen Fabrikanten usw. Ein Hauptzweck der allgemeinen Bildung ist, so vorzubereiten, dass nur für wenige Gewerbe noch unverstanden und also nie auf den Menschen zurückwirkende Fertigkeit übrig bleibe. Die Organisation der Schulen bekümmert sich daher um keine Kaste, kein einzelnes Gewerbe, allein auch nicht um die Gelehrte. Ein Fehler der vorigen Zeiten, wo dem Sprachunterricht der Übrige geopfert und auch dieser mehr der Qualität als Quantität nach zum äußeren Bedarf in Erlangung der Fertigkeiten des Exponierens und Schreibens nicht zur wahren Bildung in Kenntnis der Sprache und des Altertums getrieben wurde. Der allgemeine Schulunterricht geht auf den Menschen überhaupt, und zwar als gymnastischer, ästhetischer, didaktischer und in dieser letzteren Hinsicht wieder als mathematischer, philosophischer, der in dem Schulunterricht nur durch die Form der Sprache rein, sonst immer historisch-philosophisch ist, und historischer auf die Hauptfunktionen seines Wesens. Der gesamte Unterricht kennt daher auch nur ein und dasselbe Fundament. Denn der gemeinste Tagelöhner und der am feinsten Ausgebildete muss in seinem Gemüt ursprünglich gleichgestimmt werden, wenn jener nicht unter der Menschenwürde roh und dieser nicht unter der Menschenkraft sentimental, chimerisch und verschoben werden soll. Eher könnte es scheinen, dass bei der allfällig fortschreitenden Bildung die Methode insofern verschieden sein müsste, als sich das Ziel derselben durch Unterricht als weit oder nahe gesteckt voraussehen lässt. Allein auch hier scheint mir der Unterschied nicht bedeutend. Bleibt man fest dabei stehen, Zahl und Beschaffenheit der Unterrichtsgegenstände nach der Möglichkeit der allgemeinen Bildung des Gemüts in jeder Epoche zu bestimmen und jeden Gegenstand immer so zu behandeln, wie er am meisten und am besten auf das Gemüt zurückwirkt, so muss eine ziemliche Gleichheit herauskommen. Auch Griechisch gelernt zu haben, könnte auf diese Weise dem Tischler ebenso wenig unnütz sein, als Tische zu machen dem Gelehrten. Indes lässt kleine Verschiedenheiten allerdings die Wahl des Stoffes, da jede Form nur an einem Stoffe geübt werden kann und auf diese wird in der Folge auch Rücksicht genommen werden. Auch können die grellen Kontraste immer vermieden werden und es braucht nie dahin zu kommen, dass ein Handwerker Griechisch kaum Lateinisch gelernt habe. Die Grenze des Unterrichts, da wo derselbe nicht sein Endpunkt die Universität als die Emanzipation vom eigentlichen Lehren, da der Universitätslehrer nur von fern das eigene Lernen leitet, erreicht, kann nun durch nichts anderes bestimmt werden, als durch die zu allem Unterricht nötigen Bedingungen Kraft und Zeit. Soweit der Schüler das eine hergibt und zum anderen Mittel hat, soweit kann der Lehrer ihn führen und soweit muss der Staat dafür sorgen, dass er gebracht werden könne. Die Pflicht der Schulbehörde bei der Organisation des Schulwesens ist nun, zu verhüten, dass der Schüler einen Weg mache, der ihm unnütz sein würde, wenn er ihn nun nicht auch noch weiter verfolgte. Leider aber ist dies fast immer jetzt bei unseren Schulen der Fall, wenn einer in Terzia oder Sekunda stecken bleibt. Es wird aber nie statt haben, wenn man, wie auf den sehr guten Schulen schon jetzt geschieht, beim Unterricht nicht auf das Bedürfnis des Lebens, sondern rein auf ihn selbst, auf die Kenntnis als Kenntnis, auf die Bildung des Gemüts und im Hintergründe auf die Wissenschaft zieht. Denn im Gemüt und in der Wissenschaft, die nur sein von allen Seiten vollständig gedachtes Objekt ist, steht jeder einzelne Punkt mit allen Vorigen und Künftigen im Kontakt, ist kein Anfang und kein Ende, ist alles Mittel und Zweck zugleich und also jeder Schritt weiter gewinnen, auch wenn unmittelbar dahinter eher eine Mauern gezogen würden. Sind diese Grundsätze richtig und kommt man nun von ihnen auf die verschiedenen Gattungen der Schulen, Spezialschulen immer ganz abgesondert, so ist wieder das erste und wichtigste Prinzip die Einheit und Kontinuität des Unterrichts in seinen natürlichen Stadien. Da jede Teilung der Anstalt da, wo der Unterricht keine natürliche Teilung kennt, seine Folge zerreißt, Verschiedenheit in der Behandlung und dem Geiste derselben hervorbringt und selbst die Lehrer, die nur bis zu einem willkürlich angenommenen Punkt führen sollen, ungewiss und verwirrt macht. Als natürliche Stadien aber kann ich nur anerkennen, den Elementarunterricht, den Schulunterricht und den Universitätsunterricht. Der Elementarunterricht umfasst bloß die Bezeichnung der Ideen nach allen Arten und ihre erste und ursprüngliche Klassifikation, kann aber ohne Nachteil in dem Stoff zu dieser Form in Natur und Erdkenntnis mehr oder minder Gegenstände mit aufnehmen. Er macht es erst möglich, eigentlich Dinge zu lernen und einem Lehrer zu folgen. Der Schulunterricht führt den Schüler nun in Mathematik, Sprach- und Geschichtskentnis bis zu den Punkten, wo es unnütz sein würde, ihn noch ferner an einen Lehrer und eigentlichen Unterricht zu binden. Er macht ihn nach und nach vom Lehrer frei, bringt ihm aber alles bei, was ein Lehrer beibringen kann. Der Universität ist vorbehalten, was nur der Mensch durch und in sich selbst finden kann, die Einsicht in die reine Wissenschaft. Zu diesem Selbstaktus im eigentlichsten Verstande ist notwendig Freiheit und hilfreiche Einsamkeit und aus diesen beiden Punkten fließt zugleich die ganze äußere Organisation der Universitäten. Das Kollegienhören ist nur Nebensache. Das Wesentliche, dass man in enger Gemeinschaft mit Gleichgestimmten und Gleichaltrigen und dem Bewusstsein, dass es am gleichen Ort eine Zahl schon vollendet Gebildeter gibt, die sich nur der Erhöhung und Verbreitung der Wissenschaft widmen, eine Reihe von Jahren sich unter Wissenschaft lebe. Übersieht man diese Laufbahn von den ersten Elementen bis zum Abgang von der Universität. So findet man, dass von der intellektuellen Seite betrachtet der höchste Grundsatz der Schulbehörde, den man aber selten aussprechen muss, der ist, die tiefste und reinste Ansicht der Wissenschaft an sich hervorzubringen, indem man die ganze Nation möglichst mit Beibehaltung aller individuellen Verschiedenheiten auf den Weg bringt, der weiterverfolgt zu ihr führt und zu den Punkten, wo sie und ihre Resultate nach Verschiedenheit der Talente und Lagen verschieden geahndet, begriffen, angeschaut und geübt werden können und also den Einzelnen durch die Begeisterung, die durch reine Gesamtstimmung geweckt wird, zur Hilfe kommt. Dann gehen wir mit dem Element.